Hallo Leute, Muffy und wir spielen weiter in Final Fantasy 1. Tolle. So. Der Turm in der Wüste von dem Kampf von niemandem bestehen war. Aus der Ferne soll er ausführen wie eine Luftschwede, weswegen man in den Turm mir ratscht, denn niemand weiß, ob er tatsächlich existiert. Auch heute noch erzielt man sich hier von den Himmelsmenschen, die die Lüfte beherrschen und noch über den Beugen ein Schloss errichten haben sollen. Diese Besen und so? Ja. Was mit den Besen ist mir egal. Habt ihr hier vielleicht? Hm? Hm? Ja. Ins Westschloss. Achso, ja klar. Das Leuchten ist Richtung Westen. Richtung Westen. So. Wenn ich bloß wüsste, wo er ist. Ach, da kommt man ganz raus. Okay. So, um nicht nochmal den ganzen Weg da so lahmarschig rufzulaufen. Hast du mir vielleicht noch was zu sagen? Ne. Aber was für ne Karawane. Hm. Das ist doof. Das ist doof. Ne. Gibt's hier vielleicht ein Brunnen? Die hatte ja auch was von Brunnen eigentlich erzählt. Irgendwas soll ich in das Richtung Westen. Ja, das hier hab ich ja schon. Hm. Oh. Hier ist doch etwas. Voll gut. Den Tun kann man auch nicht verhalten. Wo ist denn dann der Professor? Da fahren wir schon. Da fahren wir ein Zimmer zu müssen. Ja, anscheinend nicht. Oh, wenn hier nicht wirklich viel drin ist. Aber hey. Oh, was hab die denn? Yay, nochmal Geld. Expotion, yay. nochmal Geld. Den haben wir schon längst beschafft. Hm. Jetzt bin ich tatsächlich etwas fluffbar. Könntest du denn bitte nach oben ausgehen? Gibt's auch gern so vielleicht noch was? Da war ich hier nicht schon, was du mit dir haben willst. Moment. Das kann man ja mal schauen. Na komm, ihr habt keine Chance hier. Ja. Das ist jetzt einfach ein Zuhal. Ja, voll ja. Und? Ja, voll ja. Statt und Nag. Ah, das ist die Kirsche. Okay. Ein Brunnen. Kommen wir nicht rein. Schade. Ein Grabstein. Okay, eine Metropole, so wie das mal gewesen. Na, wenn du das sagst. Könntest du gut ankommen? Gut, das hilft mir hier nicht weiter. Ja, schön, wir haben jetzt das Ding und was sollen wir jetzt damit machen? Moment, wir haben einen Stein. Moment, wir haben einen Stein. Könnte der Stein vielleicht der Stein sein mit dem Ding? Das will ich jetzt machen. Wobei, hatten wir den Stein nicht vorher geholt? Stimmt, den Stein hatten wir doch schon. Ja. Könntest du mir sagen, wo der mit dem Ding ist? Oh Mann! O Mann! Es macht mir, das ist wohl so schlimm. Kommt runter hier. mal eben was gucken gibt's hier oben vielleicht auch Füstenkarawandel, ha, genau die hab ich gewonnen. Genau dafür haben wir gerade mal kein Geld. Zum Beispiel hier den Heiderstand. Ah, schön. Die Sachen verwertig, offscreen verkaufen, da macht euch mal keine Gedanken. So, wir mussten jetzt hier von hier nach, nach drüben. Äh, Moment. Von hier. Ja, okay. So, wir beschleunigen das mal wieder ein bisschen, damit wir mal wieder... ...dass wir manchmal... Oh, wird's nicht weiter. Ein Feld bitte. Eins. Danke. Dieser ist andere Gäste. Oh. Ihr habt gerade meine zwei Freunde in Ruhe gebracht, hört sich das richtig sehr. Aber jetzt können wir mal Shooter-Karte testen. Oh. Wow. Okay. Das heilt auf jeden Fall. Nur als Frage, warum heilst du 9999, wenn das eh nix bringt? Mal so aus Interesse. Ich mein schön, dass das so viel heilt, aber es bringt nix. Wir sind hier vollkommen falsch hierher. Oh. Jetzt haben wir einen Punkt gesehen. Okay. Ich hab nämlich schon ewig nicht immer gespeichert. Ich hab nämlich schon ewig nicht immer gespeichert. Wir müssen doch hier holen. Wir müssen doch hier holen. Ihr habt mich gerettet. Danke. Ja. Gern geschehen. Haben wir gerne getan. Ja, lasst uns mal schlafen. Es sollte wirklich nicht zu oft vorspringen. Jetzt waren wir... Ja. Na komm, lauf mal den Weg mal ein. Dabderl da. Dabderl da.. Dabderl da.. Die Musik ist nämlich schön... Wenn ich bedenke, dass man so auf den Nest gelaufen ist die ganze Zeit so. Oh, oh, ihr habt mich gerettet! Nicht wahr? Falls halt ihr nicht vorhin wie weggefallen wenn zum Hetten planet Object heads. Wenn ich mich so bedanke, aber es war schrecklich in diesmal Fl devastation. Und ich war verängstig. Als Wiedergutmachung werde ich euch etwas von dem Luftwasser raufen und das am gründlichsten Quillt. Gut, können wir dann damit unter Wasser gehen. Luftwasser! Aus diesem Wasser quillt unendlich viel Luft hervor. Oh cool. Danke, weil das brauche ich. Und wieder raus. Und wieder rein und ab. So, dann fliegen wir noch hier drüben. Und so, wo war denn jetzt hier das? Genau. Auf ihn zu nen Anheizpunkt, wo ich schieben muss, sonst finde ich das nicht. So, wir müssen da. Ich habe ihn wieder schon gelandet. Ja, wo war ich? So. Und wir hinspülen. So. Und hier werden wir jetzt nach unten gehen, davor speichern, die Folge beenden und sehen, was dann passieren nächstes Mal. Also. Bis zum nächsten Mal bei Final Fantasy 1.